Unsere Aktion wird am Eiderner Steg am Mainufer stattfinden. Wir nennen es dann halt Ubuntu Passionsart. Unsere Kunstaktion, es geht halt einfach jetzt erstmal um diese Odyssee, den Weg, den sie hierher auf sich genommen haben, den Preis, den sie dafür bezahlt haben, irgendwie sichtbar zu machen. Und dafür hat es sich dann gut geeignet, Schuhe und wir zusammen gerade auch Schuhe, einfach damit halt repräsentativ für die Menschen, die gerade diesen Weg gehen, um ihr Glück hierher zu suchen. Wir sehen es einfach durch Fernsehen, durch die Bilder. Wir haben uns daran gewöhnt und deswegen machen wir auch diese Kunstaktion, damit wir ein bisschen reflektieren können, wie sieht es wirklich aus. Weil auf dem Weg machen sehr viele, aber viele bleiben auch auf der Strecke stehen. Und das möchten wir halt mit diesen Schuhen ein bisschen sichtbar machen, indem wir dann bei dieser Kunstinstallation viele Schuhe wie möglich auf der Sachsenhausenseite und auf der Römerseite dann stellen, damit wir zeigen möchten, ey, viele waren auf dem Weg, aber weniges haben geschafft. Ja, ich habe jetzt Schuhe am Hand. Also wir haben nicht nur diese Schuhe, wir haben auch ein paar Schuhe aus Frankfurter. Wir bekommen auch bald auch Schuhe aus Italien, neue Ankomlinge, die gerade Mittelmeer überquert haben und die ganze werden wir dann halt als Kunstinstallation dann nutzen. 14 Uhr ist dann halt für unsere Besucher, die Leute auch mitmachen möchten. Also bringt eure Schuhe mit, macht mit. Jede Schuhe könnt ihr halt mit, ob es klein ist, ob es groß ist, ob es alt ist, es spielt keine Rolle. Bringt einfach eure Schuhe mit. Wir mit unseren Kooperationspartner, Love Painter, Frankfurter Jugendring, Zabson, wir werden auch da sein. Also macht mit. Es ist eine Kunstaktion zum Mitmachen.